Zwergensteins Tagebuch der Schmiede Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße. Und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Ja, und in diesem Sinne herzlich willkommen hier zu diesem allerersten DIY-Projekt von mir. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Hobbit-Tür hier zusammengeschustert habe, dann bleibt einfach mal jetzt dabei, würde ich sagen. Das ganze Projekt fing eigentlich nur mit dem Gedanken an, dass eine Kollegin ein Stich zu Hause hat. Also das Schwert, nicht den Stich, ihr wisst schon, was ich meine. Aber keine Wandhalterung dafür. Und ich habe gesagt, ich habe noch eine Menge Restholz über. Und darum habe ich einfach mich mal in den Keller gesetzt, ein paar Klamotten zusammengesammelt und zugeschnitten. Und hier seht ihr schon, dass ich anfange mit vier Brettern, alle 30 cm von der Länge her. Ich weiß nicht, wie breit die waren. Aber der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist, wie man hier schon sieht, die Bretter zu halbieren. Dafür habe ich dann einfach nur meine Stichsäge benutzt. Also ich habe auch nicht so viel Werkzeug, habe ich aber auch in dem Trailer-Video schon gesagt. So, der nächste Schritt ist dann natürlich gewesen, das Holz erstmal zuzuschleifen. Weil das hier ist, ja, billiges Konstruktionsholz. Da kann man in jedem Baumarkt kaufen, kriegt man zwei Meter für, lass mich nicht lügen, drei Euro oder vier Euro. Da sieht man sogar noch irgendwie diese Kettenabdrücke von dem Sägewerk, womit das Holz dann zur Säge gezogen wird. Also das ist echt aller mieseste Qualität. Ja, hier erstmal jetzt den Zuschnitt erstmal sortieren und gucken, welche Maserung am besten wohin passt. Das war, ja, eigentlich das einzig Wichtige. Weil das Holz hat, obwohl es halt relativ günstig ist, immer noch sehr schönen Charakter und sehr schöne Maserung. Auch die Astlöcher helfen im Endeffekt, dass es noch besser aussieht am Ende. Dann habe ich die Idee gehabt, dass ich nicht jedes Holzstück durchgehend haben wollte, sondern habe dann einfach mal zwei von den Holzstücken durchgeschnitten an irgendeiner Stelle und mit einem anderen Holzstück dieses Teil ergänzt, sodass es aussieht, als wenn das so aus verschiedenen Hölzern zusammengeschustert worden ist. Also man sieht auch hier schon, es ist nicht alles wirklich gerade, aber das lässt sich am Ende noch alles einigermaßen ausgleichen. Jetzt ist mir nämlich aufgefallen, das Holz ist relativ dick. Und das Problem ist, wenn das an die Wand soll, und wie ihr vorhin schon gesehen habt, dass da auch diese Steine am Rand dran sind, das wäre unglaublich dick geworden. Und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ich schneide einfach mal ein ganz großes Stück in der Breite von diesen Holzteilen weg. Problem hier ist nur, ich habe dafür gar kein richtiges Werkzeug. Also ich habe weder eine Tischkreissäge, noch eine Kappsäge, noch eine Bandsäge. Also nichts, wo ich es hätte einfach durchziehen können und dann auch ein rechtwinkliges Stück Holz wieder rausbekommen hätte. Deswegen habe ich mir den ganzen Spaß gemacht und das Ding mit meiner Japansäge zugesägt. Und das ist verdammt viel Arbeit gewesen. Die Säge hat sich oft verkantet, das Holz einzuspannen mit meinen begrenzten Mitteln war auch nicht so einfach. Und ja, man sieht ja, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also es hat zwar funktioniert, aber das Holz war mehr krumm und eckig als alles andere. So, auch hier natürlich Restholz benutzt, habe ich noch ein paar alte dünne MDF-Platten gehabt. Hier sehen wir dann, wie ich diese jetzt in Streifen gesägt habe. Und ich wollte die als, um die dann als Spacer zu benutzen zwischen diesen Holzstücken. Weil ich dachte mir, so einen gewissen Abstand zwischen diesen Holzplanken, die ich da gemacht habe, das gibt den ganzen noch so ein bisschen mehr Charakter. Und dann habe ich die einfach so, ja, Pi mal Daumen einfach aufgeklebt. Also gar nicht erst irgendwie ausgedacht, wie tief ich die einkleben will. Einfach freischnauze reingeklebt. Hauptsache, die schließen nicht bündig mit der Kante ab. Das sieht man hier, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Und dann habe ich halt über diese, ja über diese MDF-Reste dann diese Holzstücke miteinander verbunden am Ende. Und dann sah das Ganze so aus. Ein schönes Problem, was man jetzt hier auch sieht, wenn ich das Ding gegen das Licht halte. Es scheint da ziemlich durch. Und darum habe ich mir dann einen Trick genommen, den ich von meinem Opa habe. Der war früher mal Bootsbauer gewesen. Und der sagte, wenn man so Lücken hat in Holz und nicht weiß, wie man die rauskriegen soll. Einfach Leim drauf und dann Holzstaub oben drüber. Und das Ganze so ein bisschen einmassieren. Das wird wie so eine Kittmasse im Endeffekt. Geht halt richtig schön in die Lücken rein. Lässt sich hinterher auch super schleifen. Und er dichtet super ab. Hat natürlich sehr lange getrocknet. Habe ich den ganzen Tag unten liegen lassen. Es war auch schön arschkalt im Keller. Also hervorragende Bedingungen zum Arbeiten. Hier schneide ich jetzt von den MDF-Platten das, was überstehen geblieben ist, ab. Weil ich habe die jetzt nicht wirklich auf Maß zugeschnitten gehabt. Und noch mal zum Leimen. Normalerweise fixiert man ja Sachen, die man zusammenleimt. Mit einer Schraubzwinge oder ähnlichen. Hier war das Problem. Erstens sind diese Holzdinger, die ich da ausgesägt habe, ziemlich dünn. Und dann sind diese MDF-Stücke nicht auf der gesamten Stücke von dem Holz angelegt. Das heißt, wenn ich dann eine Schraubzwinge drangemacht habe, dann sind die Dinger so zusammengeklappt. Und dann wäre das gar nichts geworden. Also musste ich hier auf gut Glück kleben. Das heißt, einfach die Sachen aneinander kleben und hoffen, dass es hält. Holzleim, den man nicht unter Druck verleimt. Ja, also unter Druck klebt. Das ist eigentlich so eine eher sehr wackelige Angelegenheit. Aber ich werde das Ganze später noch stabilisieren. Von daher war mir das an dem Punkt auch relativ egal. Da werdet ihr dann später sehen, was ich meine. Und hier sieht man dann auch beim Schleifen, das kommt relativ gut raus. Ich kriege das Holz hier sogar noch einigermaßen gerade. Da war ich auch sehr erstaunt. Mit meinem billigen Schleifer von Metabo, den ich mal bei Aldi, glaube ich, gekauft habe für, weiß ich nicht, 20 Euro. Habe ich auch schon ein paar Jahre und der funktioniert immer noch. Und so bin ich ziemlich glücklich mit dem Teil. So, hier nochmal die vordere Fläche. Jetzt mit Handschleifpapier nochmal ein bisschen gesäubert von Kleberesten, die vielleicht durchgetropft sein könnten. Oder auch Anzeichnungen vom Bleistift, die ich vorher gemacht habe. Immer schön mit der Maserung gegangen, damit man da jetzt nicht so viele Kratzer reinhaut. Weil die sieht man später beim Lackieren. Ist auch eine relativ feine Körnung gewesen. Also im Endeffekt nur zum Bereinigen von den gröbsten Schnitzern, die da drin sind. Ja, hier nochmal gegen das Licht gehalten. Sieht man auch, dass diese Geschichte mit den Leimen und dem Holzstaub echt extrem gut funktioniert hat. Ich habe ja noch sehr viel weggeschliffen hinterher. Und das ist ja trotzdem jetzt total undurchlässig vom Licht her. Also auch dicht, sagen wir es mal so. Gut. Nächster Schritt war dann gewesen, ja aus diesem Holz im Endeffekt eine Tür rauszusägen. Also die runde Hobbit-Tür, die wir ja von Herr der Ringe oder von der Hobbit kennen. Ich habe mir vorgenommen, das Ding so 30 cm insgesamt im Durchmesser zu machen. Weil die Originalwandhalterung von Stich, also das ich habe, ist 30 cm lang. Also an der längsten Stelle ist die Originalhalterung von United Cutlery, glaube ich, heißt diese Firma, 30 cm. Und deswegen musste ich jetzt von dem Holz was wegschneiden. Weil ich wollte ja im Nachhinein noch diese Steine hinten dran modellieren. Und darum habe ich dann ja mit einem sehr improvisierten Zirkel aus Stahldraht oder sowas, habe ich dann die ganze Sache dann halt angezeichnet und mit der Stichsäge halt hinterher ausgesägt. So, hier sieht man auch das Ei, das ist jetzt nicht hundertprozentig rund. Das liegt aber zum einen natürlich an meinem bescheidenen Sägeskill, zum anderen an dieser wunderschönen bescheidenen Zeichnung, die ich da drauf gemacht habe. Aber man kann ja das Gröbste immer noch schön mit dem Bandschlafer rausholen. Das mache ich hier auch. Und das Ergebnis kann sich sogar einigermaßen sehen lassen. Also es ist nicht perfekt, auf gar keinen Fall, aber es ist annehmbar. Sagen wir mal so. So, und im nächsten Schritt mache ich dann diese Grundlage, die ich unten drunter kleben wollte, die dann im Endeffekt für die Stabilität sorgen wird. Also ich habe ja gesagt gehabt, der Kleber, der zwischen den Holzplatten ist und dieser MDF-Platte, der wurde nicht durch Druck fixiert und dadurch ist er auch nicht wirklich fest. Deswegen habe ich jetzt mir vorgenommen, auch wie man hier sieht, natürlich aus dem Reststück Holz einen Kreis zu sägen, der vom Durchmesser auf der einen Seite kleiner ist als die Tür, also dass er da drunter durchgeht und ein bisschen größer auf der anderen Seite, damit ich darauf die Steine fixieren kann am Ende. Das hieß natürlich wieder viel Gesäge und auch hier wieder die Unebenheiten einfach rausgeschliffen. Also mehr mit dem Auge gearbeitet als mit dem Maß. Ja, hier ist wieder sehr, sehr schön improvisiert worden, muss ich sagen. Ich habe keinen Bohrer. Ich habe, glaube ich, fünf oder vier verschiedene Schleifmaschinen, zwei Stichsägen und keinen Bohrer. Und darum musste ich mir mit dem Stechbeitel hier so ein bisschen behelfen. Ich weiß, man haut da normalerweise mit einem etwas weicheren Hammer drauf, also Holz oder Kunststoff, habe ich jetzt nicht da. Deswegen, ja, mal so ganz grobschlechtig einfach mal ein Loch da reingehauen und danach die Säge da durchgesteckt. Nicht schlecht. Ich glaube, jeder Heimwerker steckt da die Hände beim Kopf zusammen, aber hat ganz gut funktioniert. So. Dann habe ich natürlich diesen inneren Kreis auch nochmal ausgeschliffen, damit dann ein bisschen feiner wird die ganze Geschichte. Dann habe ich das Ganze verleimt, diesmal unter Druck. Das heißt, was hier geklebt worden ist, klebt auf jeden Fall bombig. Und habe dann nochmal so ein bisschen, ja, diesem Ring an den Kreis von der Tür angepasst, sodass es so noch einigermaßen rund wird. Und das Ergebnis kann sich sogar sehen lassen. Also ist nicht so schlimm geworden, wie ich es mir tatsächlich vorgestellt habe. Also nach den ersten Schnitten dachte ich schon, oh, das wird ja ein Albtraum, aber es geht. So. Und hier habe ich dann ja auch noch ein Verbrechen begangen. Und zwar habe ich mit der Schieblehre hier angezeichnet auf Sturodur. Es ist nicht so schlimm, aber normalerweise zeichnet man mit der Schieblehre nicht an. Ja, ich weiß. Und zwar werden hier raus die Steine gemacht für die Tür, also für den Rahmen, diese Fassung. Und da habe ich dann meine Mini-Stichsäge genommen und habe einfach mal kurzerhand hier diesen Spaß ausgesägt. Ich glaube, jeder Stein ist vier Zentimeter. Und da müsst ihr, muss ich mal kurz rechnen. Das sind dann, also die Tür hat einen Durchmesser von 22 Zentimeter und die Steine haben alle ein Maß von 4x4. Das heißt, wenn oben ein Stein noch an die Tür kommt und unten noch ein Stein, dann sind wir jetzt wieder bei 30. Also so habe ich das ungefähr gerechnet. Natürlich ist es nicht hundertprozentig vom Maß her so, aber ich habe auf jeden Fall mich ganz grob so an diese 30-Zentimeter-Regel gehalten, die ich mir von vornherein gesetzt habe, damit ich so vom Durchmesser ungefähr in das Original rankomme. So, nächster Schritt ist eigentlich so einer meiner Lieblingsschritte und zwar das Schleifen. Und zwar erstmal so richtig schön diese Styrodur sehr grob behandeln mit grobem Schleifpapier und mit einem Cuttermesser, um da so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und zum anderen, man entfernt damit auch automatisch diese, ja man hat es ja am Anfang gesehen, so eine leichte glänzende Schicht von dem Styrodur, die die Farbe nicht so hervorragend annimmt. Und das wird uns im Nachhinein beim Anpinseln von dem Styrodur helfen, um denen so ein bisschen so ein Steinlook zu geben. So, hier werden dann natürlich die Steine erstmal rausgeschnitten. So, und hier zeichne ich an die Steine an, wie weit ich die einschneiden muss, damit ich die über diesen Rahmen kriege. Also ich möchte gerne, dass diese Steine bündig mit der Wand abschließen, wo sie hinterher dran hängen werden. Deswegen muss ich sie ja irgendwie über diese Holzmarkierung drüber kriegen. Und hier sieht man das dann, wie ich das dann halt so ausklinke. Das ist nicht wirklich so eine Meisterarbeit und ist auch nicht unglaublich schön, muss man sagen. Weil bei einigen von diesen Steinen wird hinten am Ende noch eine Lücke zwischen dem Stein und dem Holz sein. Also hätte ich, glaube ich, besser lösen können. Ist doch das einzige, was mich am Ende so richtig geärgert hat bei diesem Projekt. Bin ich ganz ehrlich, da hätte ich ein bisschen sauberer arbeiten können, obwohl man sieht ja, dass ich generell sehr chaotisch arbeite. Komische Worte aus meinem Munde. So, und hier sieht man dann, ja, das Schöne an Styrodur. Man kann es zum einen natürlich schneiden und mit jedem möglichen Schnittwerkzeug, das man findet. Aber zum anderen kann man es auch formen, indem man das drückt. Und ich habe das alles so ein bisschen, ja, in so eine Keilform gepresst, damit sich die Steine besser aneinander anschmieden, dass wir nicht so eine große Lücke haben nach außen. Hier sieht man das nochmal schön. Mit Druck kann man Styrodur sehr gut nochmal nachverformen, auch ohne es wirklich noch vorher zu erwärmen. Das geht ziemlich einfach mit ein bisschen Kraft. Und hier leime ich dann die Steine sozusagen auf diese Holzgrundlage an, die ich hinten dran gemacht habe. So, in diesem Schritt hier, ja, habe ich einen fertigen Füllspachtel benutzt, um zwischen die Steine, ja, so eine Art Mörtel aufzutragen. Also, als wenn das gemauert ist, so diesen Look da rein zu machen. Nur leider war meine Kapuze da so ein bisschen im Weg, sorry dafür. So, und hier sehen wir dann, ja, was daraus geworden ist. Also, man sieht, dass diese Zwischenräume verputzt sind mit diesem Mörtel. Und, ähm, es geht. Ja, hier sieht man auch wundervoll nochmal hinten diese Löcher, wovon ich gesprochen habe, zwischen den Styrodur und dem Holz. Die sind echt nicht so prickelnd geworden. Also, von außen hui, von innen phui. So, hier nochmal im Vergleich dazu die Original-Wandhalterung. Die ist auf jeden Fall von den Maßen her, sind die sich beide sehr nah. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich das erste Mal meinen eigenen Stich, mein eigenes Stich draufgelegt habe. Um zu gucken, wo ich hier jetzt am besten, ähm, die Halterungen dran mache. Also, ich habe einfach gehofft, dass die, äh, Maße von dem Stich, was meine Kollegin da hat, dass die gleich sind. Und habe dann mal so ein bisschen hochgepokert, aber es scheint zu passen, glaube ich, soweit ich bis jetzt weiß. So, die Maße waren notiert und dann ging es wieder runter in den Keller. Und da ist natürlich ein wunderschöner Aufnahmefehler passiert und ich weiß nicht, woran es lag. Die letzten Aufnahmesekunden von dieser ganzen Arbeit sind einfach nur, wie ich mir in die Hände klatsche, der Staub wegfliegt und aus. Ich glaube, die Kamera, ähm, hatte da keinen Saft mehr gehabt und hat es einfach nicht mehr gepackt, die ganzen Sachen noch zu speichern im Vornherein. Mega ärgerlich, denn das, was ihr hier seht, ist das, was ich eigentlich gemacht habe. Und zwar habe ich aus dem Holz, also aus diesem billigen, ähm, Konstruktionsholz, habe ich zwei möglichst identische, ähm, Haken geschnitzt, sozusagen mit dem Dremel. Die jetzt, äh, an das Brett angebohrt werden, angeschraubt werden und dann, ähm, als Halterung für Stich fungieren werden. Das Anbohren und Schrauben ist leider auch verloren gegangen. Das tut mir echt, das sind die einzigen beiden großen Vopas bei dieser Aufnahme. Ja, so, hier sieht man nochmal, dass ich danach die Steine natürlich auch noch von den Kanten nochmal schön angeschliffen habe. Ich habe auch, ähm, hier nochmal dann diese, diese Verputzung nochmal so ein bisschen rund und glatt geschliffen. Und dass das ein bisschen besser aussieht. Und mit dem Ergebnis war ich bis jetzt auch schon echt ziemlich zufrieden, weil ich konnte mir schon sehr gut vorstellen, wie das aussieht, wenn ich es anmale. So, eine Sache, die bei Bilbos Tür natürlich nicht fehlen darf, das ist, ähm, ja, das Zeichen von Gandalf, das an die Tür gemacht wird, damit, ähm, die Zwerge in der Hobbit natürlich wissen, wo sie, äh, hineinschneiden sollen, sozusagen. Ja, da mache ich natürlich erstmal ein paar, paar Tests, ähm, Gravuren, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das funktioniert. Besonders mit dem Dremel bin ich das nicht so gewöhnt. Und man sieht auch, ziemlich krumm und schief, ich habe hier so eine Kugelkopffräse genommen und die hat sich immer so richtig schön so versucht, in die Maserung reinzuziehen, wo das weiche Holz ist. Und dann ist man echt ziemlich schnell abgewichen von dem, was man eigentlich haben wollte. Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte ja auch eine Trennscheibe benutzen. Und das funktionierte echt super gut, weil ich muss ja keine Kurven schneiden, es sind ja einfach nur im Endeffekt drei Striche. Und die ließen sich super schnell und super einfach mit der Trennscheibe reinschneiden. Mit dem Ergebnis war ich auch sehr zufrieden, habe dann noch zwei Test, äh, Gravuren gemacht, sozusagen, und bin dann direkt ans Original gegangen, also an mein Projekt. War dann schon echt mega nervös und auch schön langsam nicht zu schnell da reinschneiden, weil sonst versorbe ich mir ja am Ende noch wirklich alles und muss gucken, wie ich das dann irgendwie verspachtelt kriege. Ist aber zum Glück ganz gut geworden, finde ich. So am Ende nochmal wieder mit einem, mit einem ganz feinen Sandpapier die Bleistiftanzeichnung weggeschmirgelt. Ja, kann sich eigentlich sehen lassen. Gut, der nächste Schritt war gewesen, ähm, ja, das war auch wieder so eine geile Sache. Ähm, es war Sonntag und ich war gerade voll dabei mit der Arbeit und dann merke ich so, scheiße, ich habe keinen Türknauf. Ich habe da nicht dran gedacht, so einen Knauf zu besorgen. Und zum Glück war gerade bei uns in der, äh, im Einkaufszentrum Antikmarkt. Das heißt, ganz viele Leute verkaufen da ihren alten Schrott. Und ich dachte mir so, da finde ich doch bestimmt irgendwas, das wie ein Knauf aussieht. Und da war so ein komischer Schmuckhändler gedöhnt, ich weiß auch nicht. Und da habe ich dann zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist irgendwie ein Ersatzteil von der Uhr. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Und das andere war einfach nur irgendwie so ein Teil von so einer Kette. Und ich habe für beides zusammen 50 Cent bezahlt. Ich denke mal, das ist verkraftbar. Ähm, hat mich dann, hat mir dann beides mal draufgelegt. So vom Durchmesser her hat mir dann dieses komische, ja, dieser Anhängerschmuck, was auch immer das ist, besser gefallen. Und dann hatte ich noch so, ähm, so Nägel mit so runden Platten, so runden Köpfen oben drauf. Und wenn man das da durchgesteckt hat, das sah eigentlich ziemlich nice aus. Dann dachte ich mir, okay, mit dem Ding, ähm, werde ich es machen. Dann habe ich erstmal mit dem Dremel wieder, ähm, ja, so einen runden Sockel dafür geschnitzt. Weil ich dachte mir, okay, einfach nur diesen Knauf direkt aufs Holz kleben. Ne, da muss ja irgendwo eine Distanz dazwischen sein. Weil normalerweise greift man ja an den Knauf. Also mit dem Finger hinter den Knauf. Und wie willst du das machen, wenn der direkt auf dem Holz drauf ist? Also so ein bisschen, ähm, Abstand braucht das Ding schon. Und dann habe ich mir aus Holz so, äh, hier so, so diesen, ja, diese, diese Basis dafür geschnitzt. Die ist dann beim ersten Mal, äh, wollte ich die dann mit diesem Nagel, der an diesem runden Kopf da dran ist, einfach dann festmachen. Ist dann nach zwei dezenten Hammerschlägen auch, äh, schön in zwei Teile gebrochen. Das heißt, den ganzen Spaß durfte ich dann nochmal machen. Und habe ihn dann einfach nur geklebt mit Sekundenkleber. Aber den zweiten Durchlauf habe ich euch jetzt hier gespart in dem Video. Ja, danach habe ich das Ganze, diesen ganzen Knauf, den ich ja konstruiert habe, nochmal ein bisschen, ähm, kürzer geschmirgelt. Weil er war ein bisschen zu lang. Der sollte halt nicht so weit hervorstehen, weil Stich muss am Ende noch über diesen Knauf drüber gehen. Dann habe ich diesen Knauf noch lackiert. Einmal eine Grundierung in matt schwarz. Und dann noch ein paar Sprühstöße in Gold drüber. Die werde ich dann später noch ein bisschen abdunkeln mit Acrylfarben. Aber dazu kommen wir dann später, wie gesagt. Auf Frodos Tür sind ja auch so Nieten oder so Eisennägel. Die ist ja irgendwie beschlagen. Und da dachte ich mir erst, okay, kann ich eigentlich dieselben, ähm, Rundkopfnägel da nehmen, die ich auch für den Knauf benutzt habe. Und habe dann einfach mal in weiser Voraussicht die Nägel rausgeschliffen, damit ich mir die nicht in das Holz hauen muss und das Holz dabei spalte und die ganze Tür dabei in einem Eimer ist. Aber als die dann im Vergleich zu der, zu dem Türknauf auf dem Holz lagen, hat man eindeutig gesehen, die sind zu groß. Also die Nägel waren dann fast zu groß für der Türknauf und das hat sich so in den, in den, ähm, Verhältnissen, sieht das, gebissen. Und dann habe ich eine andere Idee gehabt und zwar, ich schleife mir selber Nägel und zwar aus einer MDF-Platte mal wieder. Ich habe dann aus der MDF-Platte kleine, runde, ja, so Chips rausgesägt und rausgeschliffen und habe dann in diese, in diese Chips von oben mit dem Dremel eingeschliffen, sodass die aussehen, als wenn die, wenn das Nägel sind, die mit einem Hammer getrieben worden sind. Normalerweise hat man ja früher Nägel echt gemacht, man hatte so einen, man hatte halt einen Eisenpin gehabt und hat den dann irgendwo fixiert und so lange oben draufgeschlagen, bis der oben breiter wurde. Und, ähm, ja, dieser Look, der ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch über dieses Holz, also es sieht gar nicht immer so schlecht aus. Und wenn man das halt, wenn man das halt einigermaßen gut lackiert oder einigermaßen gut anmalt, dann, ähm, könnte man da schon so einen täuschend echten Effekt mit hinkriegen, habe ich mir zumindest gedacht. So, und dann war ich eigentlich auch schon weitestgehend fertig mit den ganzen handwerklichen Sachen. Ich habe am Ende hinten noch, hier sieht man auch nochmal die Verschraubungen, so ein bisschen, also ich habe in jeden von diesen beiden, ähm, Haken, habe ich zwei Schrauben reingemacht. Ich habe es nicht verklebt für den Notfall, dass man das vielleicht nochmal versetzen muss, weil mein Stich andere Maße hat als ihr's. Kann ja sein. Ähm, ja, dann habe ich hier hinten nochmal in das Holz so eine, so eine Rinne reingefräst und später nochmal mit der Kugelkopffräse verdickt. Aus dem Grund, ähm, dass, wenn man das an die Wand hängt und da noch ein Schwert dran ist, ist mir das einfach zu riskant, dass es von der Wand fallen könnte. Und in diese Rinne können sich dann die Nägel oder die Schrauben, die man benutzt, mit dem Kopf richtig schön einhaken und so durch normales Rütteln kommt dieser Halter einfach jetzt nicht mehr von der Wand weg. So, und dann sind wir auch schon beim, beim Anpinseln. Ich habe diese Nieten schon rangeklebt, wie man jetzt sieht. Ähm, ja, der erste Schritt ist mit einer leicht verdünnten, dunkelgrünen Farbe die ganze Geschichte anpinseln. Wichtig hier ist, ähm, möglichst mit der Maserung pinseln und nicht irgendwie so Flecken erschaffen. Weil das Holz saugt die Flüssigkeit aus der Farbe aus. Die trocknet sehr, sehr schnell. Und dann will man halt nicht, dass es irgendwie, ja, fleckig wirkt. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen. Also ich benutze hier auch ganz normale Acrylfarbe, die ich normalerweise auch zum Malen benutze. Und hier sieht man nach dem ersten Durchgang ist einfach sehr schön einheitlich grün geworden. Und dann ist mir aufgefallen, man kann die Maserung immer noch hervorragend sehen. Das hat mich sehr gefreut. Weil die Geschichte ist ein bisschen dunkel geworden. Und dann dachte ich mir, nehme ich mal so eine normale Maltechnik, die ich nur vom Miniatur basteln kenne. Und zwar das Trockenbürsten. Dann nimmt man nämlich hier, wie man sieht, eine hellere Farbe. Eine wesentlich hellere Farbe. Und streift die größtenteils vom Pinsel wieder ab. Und geht dann damit ganz locker oder auch halt kräftig, je nachdem wie wenig Farbe man noch drauf hat, ähm, immer dann entgegengesetzte Maserung über das Holz. Das sieht man jetzt hier schlecht, weil meine Hand immer davor ist. Aber wenn man jetzt gleich in der Kamera sieht, man sieht, dass wirklich jede Kontur hervorgehoben ist. Und sogar die von dem Holz selbst, die Maserung, wurde leicht akzentuiert. Und das sieht ziemlich gut aus. Die Beleuchtung hier ist ein bisschen schlecht. Das wird nachher auf den Fotos nochmal ein bisschen besser rauskommen. So, nächster Schritt war die Grundierung von den Styrodur. Und hier sozusagen, Styrodur ist am Anfang noch sehr weich. Darum nehme ich zur Grundierung immer eine Mischung aus der Grundfarbe, das ist in diesem Fall schwarz, Leim und ein bisschen Wasser, um das nochmal zu verdünnen. Und der Leim, wenn der trocken ist, bildet nochmal so eine Art Schutzschicht, dass man das nicht so einfach eindrücken kann. Und jetzt bin ich zuerst nur auf diese Fugen gegangen mit dem dünnflüssigen. Und habe dann später noch ein bisschen Sand hinzugegeben, als ich die Steine richtig angemalt habe. Weil durch diesen Sand kriegt man nochmal ein bisschen mehr Struktur in die Steine, was beim Trockenbürsten später nochmal extrem hilfreich sein kann. So, und während das Schwarz jetzt trocknet auf den Steinen, habe ich mir nochmal den Türknauf vorgenommen. Und habe den mit einem bisschen, ich glaube das war ein Kupferner Farbton, nochmal so ein bisschen trocken gebürstet, um den noch so ein bisschen abzudunkeln, um den so ein bisschen, so einen Antiklook zu verpassen. Und das war schon ein bisschen arg dunkel, aber das hält gleich nochmal ein bisschen auf beim Waschen. Das könnt ihr auch gleich nochmal sehen. Und zwar hier habe ich mit einer extrem stark verdünnten Farbe, und zwar mit Braun und mit Schwarz, immer wieder, immer wieder bin ich, ich bin dann immer wieder bei den Klauf drüber gegangen. Und die dunkle Farbe setzt sich halt wunderschön hier in die Vertiefungen rein. Und dann versucht man das wieder abzutupfen. Und man kriegt natürlich nicht alles weg. Und da wo die trocknet, also da wo sie sitzen bleibt, ist meistens halt die Vertiefung. Da macht man das ein, zwei, drei Mal, mischt so ein bisschen die Farben, geht erst mit einem hellen Braun, dann mit einem dunklen Braun daran, wie auch immer. Und am Ende sieht man dann, dass sich das gelohnt hat. Also das Ganze kriegt mehr Tiefe und sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus. Und ich glaube auch bei Bilbos Haus kommt das schon ganz gut hin, dass man nicht so einen niegelnagelneuen Goldknauf dran macht, sondern schon darf schon so ein bisschen verwittert aussehen. Ist ja auch eine Außentür, ne? So, und der nächste Schritt war natürlich gewesen, jetzt die Steine zu Trockenbürsten. Dafür habe ich erstmal so ein ganz tiefdunkles Rot genommen als Basisfarbe. Beim Trockenbürsten hier kann man auch ein bisschen mehr Farbe auf dem Pinsel lassen, weil das Schwarz soll nur so minimal durchschimmern. Und da sieht man hier auch schon schön, dass das Schwarz einfach schon fast komplett überdeckt ist. Also in den ganz tiefen Stellen ist das Schwarz noch drin. Ansonsten ist es wirklich sehr gut abgedeckt worden. Und jetzt gehe ich schrittweise weiter. Ich werde hier in drei Schritten trockenbürsten. Und zwar nehme ich jetzt so einen tonerdigen, ja, ich glaube, das hieß sogar Tonfarbe oder so, so einen Rot-Braun. Mische da noch so ein bisschen Beige dabei. Und werde damit jetzt die erste wirkliche Trockenbürstschicht auftragen. Also schon trockener auftragen, nicht zu viel Farbe. Und gehe dann im letzten Schritt nochmal mit einem richtig, richtig stark aufgehellten, ja, braunen Ton drüber. Und zwar auch noch einfach, ich habe einfach denselben Ton genommen und auch ein bisschen mehr Beige hinzugefügt. Das kann man jetzt hier sehen. Also ist wirklich schon richtig, richtig hell, wenn man das deckend aufträgt. Wenn man da wirklich aber jetzt nur so ganz vorsichtig nochmal über die Kanten geht und nochmal so ganz leicht abstreift, kann man dem Ganzen nochmal so einen richtig schönen Effekt verpassen. Ist natürlich doof, dass man jetzt hier nicht so eine schöne Beleuchtung hat, dass das nicht so richtig gut rauskommt. So, zu guter Letzt einfach nochmal ganz schnell die Fugen mit einem ganz einfachen Grau nachgezogen. War auch jetzt nicht viel zu tun. Den Knauf noch angeklebt. Und jetzt habe ich noch einfach ein paar Bilder gemacht. Und von den Bildern muss ich jetzt auch sagen, die sind jetzt alle nicht so super geworden, weil die Lichtverhältnisse nicht stimmen. Und da muss ich mir für zukünftige Britte was überlegen. Musik Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß. Und ja, ich beende mein Projekt, wie ich die anderen Projekte jetzt auch beenden werde, und zwar mit einem schönen Gläschen Bier. In dem Sinne, Prost und bis zum nächsten Mal.